Hier präsentieren wir 5 beste aufblasbare Liegentests. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Intex Fluid in Recliner Lounge. Das aufblasbare Bett von Intex überzeugt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einem hohen Sitzkomfort. Es ist als Treibliege für den Pool entwickelt, kann aber auch sehr gut als Sitz oder Liege am Strand, im Garten oder am Pool genutzt werden. Das Bett hat zwei separate Luftkammern, ist mit zwei Griffen und zwei Becherbesitzern ausgestattet und besteht aus 18 mm dicken Kunststoff, was es extrem langlebig und robust macht. Im Vergleich zu selbst aufblasenden Liegen muss diese Liege durch ein Ventil gesprengt werden. Sie können dies mit Ihrer eigenen Lunge zusammen mit einer Pumpe tun. Nummer 4. IREGRO aufblasbares Sofa Sie können das IREGRO-Modell in verschiedenen Farben kaufen. Es kann in einer praktischen Tasche auf die kompakte Packungsgröße von 34 x 18 x 14 cm gebracht werden und Sie müssen das Bett nicht in die Luft sprengen, füllen Sie es einfach mit Luft durch schnelle Aktivität oder den Wind. Da das Bett eine Länge von 2,60 Meter mit einer Höhe von 65 cm und einer Breite von 85 cm hat, tritt viel Luft entsprechend ein, was das Füllen oft etwas schwieriger machen kann. Sobald Sie es herausbekommen, kommen Sie ziemlich gut zurecht. Der Verschluss ist leicht zu schließen, aber die Untersuchung zeigte, dass viele Tester nicht in der Lage waren, das Bett in voller Länge zu laden. Dies verringert die Festigkeit, weil Sie unergründlich sinken können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Anglink Luftsofa wasserdichtes aufblasbares Sofa Erlunger Die Anglink Version ist kein besonders erschwingliches Aufblasbett, überzeugt aber durch exzellente Handarbeit im Mix mit komfortablem Handling und hohem Bestandskomfort. Es ist einfach zu schleppen und hat auch ein Gesamtgewicht von ca. 1,2 kg. Das Auffüllen ist dank zweier Lufteinlässe etwas einfacher als bei vielen anderen Designs, was den Umgang mit stressfreiem Umstehen macht. Es kann mit ausreichend schnellen Aktivitäten oder mit Hilfe eines Followers und danach bequem verdreht sowie geschlossen, voller Luft sein. Kleine Dinge wie ein Getränk können in den Seitenbereichen verstaut werden, aber Sie sollten sicherstellen, dass keine scharfen Gegenstände wie Schlüssel in Ihre Taschen gelegt werden. Nummer 2. WALITI wasserdichtes aufblasbares Sofa Diese wasserabweisende Couch ist ohne Luftpumpe voller Luft. Eine Windböe oder eine schnelle Bewegung mit offenem Sack füllt die Version sehr schnell aus. Dies erfordert eine Methode am Anfang. Sobald Sie den Dreh rausbekommen, ist die Zahnfüllung sogar viel schneller als der spätere Rückzug der Luft. Sobald Sie wirklich das Gefühl, es genügt Luft im Inneren, rollen Vervollständigung ein paar Mal sowie pinnen es miteinander. Am anderen Ende der Schraube befindet sich das integrierte Kissen, das die Liege direkt in eine aufgeblasene Hangout-Liege verwandelt. Und die Nummer 1 unserer Liste, Uxendore 00548 aufblasbares Sofa. Das Luxe Loyala Design war die beste aufblasbare Liege. Es lässt sich extrem kompakt zusammenklappen, kann durch eine brillante, schnelle Aktivität ohne Luftpumpe vollständig befüllt werden und ist mit einem guten Schnellwechselbolzen ausgestattet. Wenn man den Hang des Füllens bekommt, geht es wirklich schnell, aber es braucht ein wenig Technik, vor allem, wenn es keinen Wind gibt. Der Transport der Couch ist extrem komfortabel, da sie um die Schulter gebracht werden kann, wenn sie in einer Tasche leer ist. Das glatte Design impliziert, dass er bis zu 200 Kilogramm aushalten kann, was extrem ordentlich ist. Das verwendete Material ist 0,15 Millimeter dickes Polyester Textil, das dafür sorgt, dass das Bett wasserdicht und gleichzeitig stabil ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.